Aloha, herzlich willkommen zum ersten Vlog. Ich fang gleich an mit dem ersten Vlog nicht alleine, sondern ich chill bei Nesta. Nesta ist so sein Internetname, deswegen habe ich automatisch Nesta gesagt. Ja, ich sag Sven, was sein richtiger Name ist. Ja, wie gesagt, das Ganze ist nicht vorbereitet, sondern ein spontanes Gelaber. Das erste Thema wird sein, wer hätt's gedacht, Fernbeziehungen. Ja, wo ich eigentlich nicht so passend fand, dass Sven da mitredet, aber er behauptet, er würde auch eine Fernbeziehung führen. Ja, seine Freundin wohnt 80 Kilometer weit von ihm weg. Hängt man noch zwei Nullen dran, dann hat man die Entfernung, die ich zu meiner Freundin hab. Ähm, naja, soweit. Ähm, ja, ich wurde oft gefragt, ähm, wie genau ich das eigentlich durchhalte und vor allem, warum ich mir das antun. Und, ähm, wenn dann meine Antwort kommt, ja, was soll ich sonst machen? Verstehen die meisten, ja, der Kaffee ist weiß. Die meisten verstehen das nicht. Aber ist geil. Ähm, ich mein, es ist doch so, was soll ich sonst machen? Ich, wenn, selbst wenn ich jetzt diese Beziehung beenden würde, würde ich nicht aufhören, sie zu lieben oder sowas. Und deswegen, was, was würde es bringen, die Beziehung zu beenden? Oder warum? Ich mein, was kann ich anderes machen? Weil wenn ich behaupten würde, ich würde sie nicht lieben, dann wäre das einfach gelogen. Und, ähm, das ist, glaub ich, der einzige Grund, warum ich mir diese Fernbeziehung antue. Also, philosophisch hinterfragt, glaubst du, dass jeder Mann an eine Frau bestimmt ist, und es nur die eine wahre Liebe gibt und du keine andere lieben kannst und deswegen auch nicht Schluss machen möchtest? Ich sag nicht, dass ich keine andere lieben kann. Insofern ist die Frage nicht beantwortet, dass du nicht Schluss machen möchtest. Denn du liebst sie, kannst aber auch eine andere lieben. Klar, ich könnte theoretisch auch eine andere lieben, aber, äh, ich mein, momentan liebe ich sie vielleicht, wird das irgendwann nicht mehr so sein, was ich momentan natürlich nicht hoffe. Ähm, aber momentan liebe ich definitiv sie und deswegen fühl ich eine Fernbeziehung. Ich mein, ich würde jetzt nicht behaupten, ich würde sagen, da sind alle Menschen unterschiedlich. Ich würde nicht sagen, dass jetzt irgendwie jeder Mensch nur so die eine Liebe hat und dann, äh, fertig. Äh, ich denk, es gibt Menschen, die sind überhaupt nicht in der Lage zu lieben. Ich denk, ich gibt's auf jeden Fall. Ich denk, es gibt auch Menschen, die, ähm, ja, in der Lage sind, mehrere Menschen zu lieben. Ich halte alles, was tust du? Gucken, ob jemand mithört. Warum sollte da jemand mithören? Keine Ahnung. Naja, ähm, ja. Ach genau, ich hab gestern bei, nach dem Infovideo, ähm, wo ich das gedreht hab, äh, überlegt, ob, ähm, ich das Ganze letztendlich schneiden soll und mich dann entschlossen, nein, ich werd's nicht schneiden. Ich werd das Ganze einfach so hochladen, wie's aufgenommen ist und nichts irgendwie rausschneiden oder umschneiden oder sonst was. Ja, du wolltest bei meinem Vlog dabei sein, auch. Du darfst auch was über deine Fernbeziehung erzählen. Er hat eigentlich alles schon gesagt. Es ist, ähm, durch 100 geteilt. Relativ einfacher. Wir sehen uns auch 100 Mal öfter und, ähm, trifft eigentlich alles zu, was er auch sagt. Also ich finde, dass das nicht wirklich ne Fernbeziehung ist, was die machen. Ich mein, die sehen sich einmal die Woche. Ich seh meine Freundin, naja, momentan einmal im Jahr. Ab Sommer wird's hoffentlich weniger. Auch das hab ich bereits gestern im Infovideo gesagt. Ich sag dir's nochmal. Die ziehen im Juli wieder nach Deutschland, nach Norddeutschland, freundlich ausgedrückt. Ich würde gern, ungern genauere Angaben machen, weil ich auf YouTube sind die Glocke. Hahahaha. Nein, nicht nach Bielefeld. Achso. Guck mal, ne Ameise. Uhuhu. Ja, ähm, so weit. Ach genau, ähm, weil ich noch gar nicht erzählt hab. Ich war, ähm, bin jetzt gerade seit drei Wochen wieder zurück aus Tansania. Ähm. Ich hab was Gau trinken. Entschuldigung. Nein, war nur Orangelsaft. Ähm, genau. Ich war jetzt gerade in den Osterferien in Tansania gewesen, äh, für drei Wochen und bin jetzt seit exakt drei Wochen, bis über seit drei Wochen in einem Tag wieder zurück. Ähm, naja, und gerade so die letzte Zeit war zum Teil nicht besonders einfach, weil zum Teil nicht so super gelaunt war. Wobei ich glaube ich das relativ gut hingekriegt hab, das zu überspielen und zu Schauspielern. Ähm, zum Teil war ich tatsächlich gut gelaunt, unglaublich aber war, aber zum Teil hab ich gute Laune auch einfach bloß gespielt und, äh, naja. Scheint ganz gut geklappt zu haben. Ja, und ich glaub auch, einer der Gründe, dass ich eben momentan meine Freundin durchaus ziemlich vermiss, ist, dass ich jetzt diesen Vlog-Kanal eröffnet hab, einfach um, ja, über Dinge zu reden, weil ich, ich hab das Gefühl, dass wenn ich über irgendwas rede, dass ich dann ein Stück weit irgendwas abgeben kann. Ähm. Ja, ähm, ich hab gar nicht auf die Uhr geschaut, wie lange haben wir denn noch? Das ist kacke. Beim nächsten Mal muss ich auf die Uhr schauen. War auf, mir meinen Kaffee wegzutrinken, du Sau. Sorry. Ja, seit sechs Minuten nehmen wir auf, das heißt, wir haben noch knapp drei Minuten. Kann ich mal aufhören, hier Backstik zu machen? Okay. Dir ist klar, dass das Ganze nicht geschnitten wird und komplett hochgeladen? Markus, das hast du schon erwähnt, du warst nicht mehr vorgezogen. Ganz egal, was wir tun. Ist ja... Okay, ich muss noch ein Stück drin. Boah, super. Ja, super. Genau, und ich bin seit drei Wochen aus Tansania zurück. Und darf jetzt erst mal warten, bis ich meinen Führerschein machen kann. Hurray, weil ich... Naja, nicht das ganze gesparte Geld für den Führerschein ausgegeben hab, aber doch. Gutes Stück davon. Aber das war's wert. Drei Wochen Tansania. Doch, war echt cool. Ich muss sagen, hab mich sogar ans Klima von Deutschland wieder gewöhnt. Boah. Doch, war echt eine super Zeit. Ich dachte schon, du möchtest dich das sagen. Ähm. Ja. Weiß nicht, was ich noch groß erzählen könnte. Ich mein, ich könnte jetzt viel über meine Zeit in Tansania erzählen, aber... Das würde den Rahmen sprengen, weil ich momentan mit meinem Account los... Videos von Tansania erzählen würde. Und so Spaß macht. Das war... genug. Wir waren auf Safari und haben Elefanten gesehen, ja. Er war übrigens nicht mit dabei in Tansania, aber ich hab das ganze schon mehrfach erzählt, deswegen... Ja. Und da gab's. Was? Wer hat's gedacht? Elefanten. Unglaublich. Ähm. Mähäääää. Ziegen? Gab keine Schafe. Ich erzähl' ja auch nicht mehr von Tansania. Achso. Doch, Ziegen gab's. Vor allem, wenn man einfach so rausfährt, dann gab's halt wieder Ziegen. Ach, genau. Und mein T-Shirt hier, was auch meinen Kanal schmückt. Da steht drauf, ein Sungu. was einfach weißer bedeutet, auf Kiswahili, was in Tansania gesprochen wird und generell so in Ostafrika, nicht überall, ich weiß nicht genau wo, aber wo nicht. So, so weit, so gut. Ich würde sagen, dann können wir die erste Aufnahme machen, den ersten Vlog, und dieser Safthans macht schon wieder Faxen, was eigentlich nicht der Sinn war, ich wollte eigentlich einzelne religiösen Vlog-Kanal machen, aber auch die Kraft, hoffe ich nicht. Naja, ich glaube, wenn ich mit Sven zusammen aufnehme, dann wird das meistens nicht so sinnvoll. Das wird nicht mehr so aufhören, das verspreche ich dir. Naja, aber normalerweise werde ich alleine aufnehmen, deswegen. Adios, man sieht sich im nächsten Vlog.